es so familienmitglieder Minecraft und ich wollte mir Spitzhacken bauen ja und meine letzte ist gleich futschig aber du könntest mal zu Noten durch den Holz fahren damit wir uns noch ein zwei Kisten bauen für den großen, weil wir haben nicht bald kein Platz mehr die erste Kisten sind brecken voll und die zweite auch schon fast halb warum wir uns schon irgendwie was da unten so halt wie so einen kleinen Lagerraum anlegen könnten wir schon machen weil die Kisten reinhauen so, okay gut, wir waren nicht weiter Scheiße, in eine Lava reingefallen ne, oder? doch Scheiße, bin gleich down shit bist du in der Lava gestorben oder daneben? daneben gut, dann renne ich hin dann oder du bist doch auch jetzt bei der ähm bei unserem Haus nein nicht? wo bist du denn? so, wenn ihr jetzt wiederbeleben macht doch ja im Haus ja hier natürlich also kannst du dann grad gar nicht dran gedacht juhu äh, das ist ein scheiß wir finden, wo das war ach, das ist einfach ich würde mal sagen, wir können ja vom Keller aus hier dann, äh einen Weg bauen rüber in die Höhle ja ja ich bin jetzt erstmal rüber auf dem Weg wieder in die Höhle wegen der, unter anderem wegen der Redstone oder was sagst du? also ich hab dein Zeug gefunden hast du es eingesammelt? alles? noch nicht weit jetzt die lange Treppe runter, ja, ich glaub ne genau, stimmt ja, wir waren ja auch 20 und mal hier lang hier, da, da, dreh dich da, dreh dich um ah, du, nicht noch was? ja, ja, alles alles ja, weil ich wo drin gefallen bin hier hinten da da haben wir nicht reingefallen das machen wir mal gleich zu, dass das nochmal passiert, oder? vielleicht noch ein bisschen mehr zu ja aber wenn man einmal nicht aufpasst, ne das hier noch, schon wieder, ne, ne, biker gerade, ne warte äh, äh, hast du dein Inventar leer? warum? ja oder nein dann kannst du mal meine Sachen, die ich alle habe, rüberbringen uns aus ähm so eine Zeit und Luft hast komm ich warte warte, 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 warte hä helfen wir mal kurz Nee, acids bien hab ich nicht eine kiste rein setzen, oder was? und gold holen genauer zufällig noch weiter einbauen ist das ich würde sagen so recht schon bis jetzt ein raum rein machen woher weißt du denn da ist wieder eisen und da kann man die kisten stellen ich hatte eigentlich gedacht lagerraum bei uns drüben weiß aber ist egal mehr als wir hier so ich dachte mir war so ist wir auch feststellen oder wie meine schraube sollte weg machen und so geht es auch danke und das warst du die kleine ist auch schon warte wo bist du ja ich hab mein schwer passt schon da jemand wird ja ganz ja mal wenn du das ist ja immer so ausübt sind alle reihe ich hier irgendwo rechts reingraben oder so oder nicht wo ich ja bauen tut den gang vielleicht haben wir ja wieder das glück so wie eben aber durch durch die uns auch nur noch mal hinstellen und geht gut gut ich bin und so kaputt auf Arbeit von der Arbeit, ey es gibt vier Böden betoniert, ne? Danach einen halben Tag nur, oh, wieder Lava, okay hier wurde ich nicht weiter, gehen wir in die Richtung und wir haben einen halben Tag nur um Stapler gesessen, was? Ja, Böden fertig gewesen, Styropor, abladen, wegbringen, routinieren, und so aufpacken, was ist denn das jetzt her? LOL, das ist jetzt einfach so aus Jungs und da drei Mal nach oben gebuddelt, oder was? Ne, ich hab das gesehen Achso, ja, ich hab nicht drauf geachtet, weil ihr halt hauptsächlich nach unten geschaut hatte, weil ja gerade die Lava zum Vorschein kam von oben kann ja zum Glück nur Wasser kommen, ne? Lava kann auch von oben kommen Dann sind wir angeschissen Musst halt schnell genug weglaufen Mal labere ich nicht so schnell Mal labere ich nicht so schnell Mal labere ich nicht so schnell Oeh, schnell genug, äh, einen Sockel in der Wand bauen und dich dann da rausbuddeln, ne? Ach, du baust da schon weiter Das wäre was hier von mir ab, hier, na man So, jetzt machen wir mal einfach so mal aus Ja, geh du mal links Die Blöcke, Igna Umgekehrt, mir egal Einsammeln du mal ja beide Einfach so mal Ey, aber weißt du, die Tüte ist jetzt bei der Einstellung, dass wir uns nicht gegenseitig schlagen können Der hört automatisch auf zu farmen, ne? Wenn du wie wie ich stehst, sei grad festgestellt Mhm Und heute ist wieder EM Oh, Italien spielt gegen Kroatien und Kroatien hat grad den Ausgleich gemacht Ja, hat man gehört, dein Vater hat, glaub ich, grad geplant, ne? Ach, verdammt, dann ist das in der Aufnahme Hast du jetzt gedacht, ich erwähne, nicht, oder wie? Oder gehofft? Ja, ich hätt jetzt gedacht, äh, du hast es nicht gehört Boah, ihr habt's gehört, ich kann mich wundern Dann würde das hier in der Aufnahme auch mit drin sein Ja, ist doch egal Das hab ich ja vorher nicht gewusst Naja Hä? Aber hier wieder Rotstoff, oder? Ja, ja Oh, Kohle Machen wir gleich ein Breiter Ich bin mal gespannt, wann mein Arbeitskollege online kommt Hm Ja, das ist nun heute so angehört Aber er hat auf jeden Fall schon zugesichert Er hat ja, wie er gesagt hat, unseren Channel bei YouTube abonniert Achso, okay Ja M Ja